Ich möchte euch gerne eine Geschichte von Jesus lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Abvers 1. Da heißt es, als die Volksmenge ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, da stand Jesus am See Genezareth und er sah zwei Boote am See liegen und die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze und er stieg in eins der Boote, das Simon gehörte und er bat ihn, ein wenig vom Land hinaus zu fahren. Dann setzte er sich und er lehrte die Volksmengen vom Boot aus und als er aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen und sie winkten den Gefährten im anderen Boot, dass die kämen und ihnen hülfen und sie kamen und sie füllten beide Boote, sodass sie zu sinken drohten und als Simon das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Und ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Bode ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten Jesus nach. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Liebe zu uns, die du uns in deinem Sohn Jesus Christus gezeigt hast, der in diese Welt gekommen ist, die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat, sich erniedrigt hat, Mensch geworden ist, um uns zu dienen, um uns dein Wesen zu zeigen, um uns deine Liebe zu zeigen. Jesus, wir lieben dich und wir freuen uns, dass wir deine Freunde sein dürfen. Und ich danke dir für die ganze Gemeinde hier. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, auch die, die nicht kommen konnten. Und ich segne meine Geschwister mit allen guten Gaben, die du für sie bereit hast. Und rede du jetzt auch durch dein Wort zu unseren Herzen. Und gib du Gnade, dein Wort weiterzugeben, so wie es dir auf dem Herzen liegt. Amen. Die Jünger hatten die ganze Nacht hindurch gearbeitet. Die Jünger, das war ihr Beruf, Fische zu fangen. Das waren ja nicht nur so Hobbyangler, sondern das war ihr Lebenserwerb. Und sie waren darauf angewiesen, dann auch die Fische am nächsten Morgen auf dem Markt zu verkaufen oder weiterzubringen. Und jetzt hatten sie die ganze Nacht gearbeitet und der Morgen war herangekommen. Und das Resultat war null, nichts gefangen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder ob ihr auch schon solche Situationen erlebt habt, wo ihr euch für etwas eingesetzt habt, gearbeitet habt, euch bemüht habt und dann hat sich alles nutzlos erwiesen. Ich erinnere mich, wie ich auf der Bibelschule war vor vielen Jahren und ich musste eine Arbeit schreiben. Und ich habe am Samstag gearbeitet, wo die anderen sich vergnügt haben. Den ganzen Tag an dieser Arbeit, viele Stunden, war dann eigentlich fast fertig und wollte dann das Ganze abspeichern. Und dann hat der Computer mir gesagt, dass ein Fehler aufgetreten ist und dass er jetzt herunterfahren wird. Und ich habe versucht, das irgendwie zu verhindern. Das ist mir aber nicht gelungen. Und er hat es so ausgeführt, der liebe PC, wie er es angekündigt hat. Und als ich ihn wieder hochgefahren habe, da war alles weg. Acht Stunden Arbeit, da kommt Frust auf. Da ist man nicht bester Laune. Kürzlich hat meine Frau einen schönen Zwiebelkuchen auf dem Ofen oder in der Pfanne gehabt und wir hatten Besuch von unserer Enkelin. Und die ist da aus ihrem Hochstuhl, weil sie zu sehr geturnt hat, dann herausgestürzt. Und dann musste sie getröstet werden, natürlich von der Oma. Und ich saß so in meinem Büro und irgendwann kam da so ein sehr intensiver Geruch. Und ich bin dann da reingegangen und überall war Rauch. Und ich habe dann gesehen, dass der Zwiebelkuchen sich in ein Rauchopfer aufgelöst hat, was ja auch durchaus biblisch ist. Und habe schnell die Pfanne nach außen gebracht und versucht, die irgendwie abzukühlen. Das sind Erlebnisse, die Frust auslösen. Das sind jetzt Kleinigkeiten. Aber jeder von euch hat schon solche Erlebnisse gehabt, wo er sich bemüht hat, gearbeitet hat, gekämpft hat. Die gibt es natürlich auch im geistlichen Bereich. Wie heißt ein markanter Satz, den ich immer wieder höre. Wir hatten das alles vorbereitet und dann kam Corona. Und dann konnten wir all das, was wir vorhatten, nicht machen. Denn wir hatten eine große Jugendfreizeit, so wie jedes Jahr, in Blaubeuren auf den Hessenhöfen vorbereitet. Und mussten die dann schlussendlich absagen. Und außerdem mussten wir da noch Stornogebühren in Höhe von 1.000 Euro bezahlen. Und das war noch gnädig, weil es hätte noch ganz andere Summen geben können vom Vertrag her. Und das sind Erlebnisse, die ich jetzt einfach beispielhaft aufzähle, die lösen Frust aus. Die Jünger, die waren nicht gut drauf. Da bin ich mir ganz sicher, an diesem Morgen, als sie ihre Netze dort säuberten, die mussten sie ja wieder zusammenlegen, sodass sie sie am nächsten Tag einsetzen konnten. Und da steht jetzt dieser Wanderprediger am Ufer des Sees Genezareth, den sie noch nicht groß kannten. Das war ja ganz am Anfang vom Dienst Jesu, war wahrscheinlich eine ihrer ersten Begegnungen mit ihm überhaupt. Und er predigt dort. Und es sind viele, viele Menschen da. Und Jesus wird bedrängt von diesen Menschen. Und dann überlegt er sich, wenn ich da ein Stück rausfahren könnte auf den See, dann wäre ein Abstand da und dann wäre es viel leichter, zu den Menschen zu sprechen. Und dann sieht er die Fischer dort und er sieht ihre Boote und dann überlegt er sich, wenn ich da eines der Boote haben könnte, dann könnte ich da hinausfahren. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann lesen wir das oft, ja, ich sage mal, dass das alles so selbstverständlich war, dass die Jünger sagten, naja, klasse, machen wir sehr gerne. Ich glaube nicht, dass es unbedingt so war. Ich glaube, als Jesus dorthin kam und fragte, darf ich euer Boot benutzen, da haben sie wahrscheinlich erst mal gedacht oder hätten sie ja denken können, wir haben jetzt die ganze Nacht hindurch gearbeitet, wir sind todmüde, wir wollen eigentlich nur noch eines jetzt nach Hause gehen und der muss halt selber schauen, wie er zurechtkommt. Das Wunder dieser Geschichte begann damit, dass die Jünger bereit waren, Jesus in ihr Boot zu lassen, zur Verfügung zu stellen. Jesus möchte zu dir kommen in deiner Frustsituation, in deiner Verzweiflung, in deiner Enttäuschung, in deiner Frustration und er fragt, darf ich zu dir kommen und dir helfen? Und wir sind aufgefordert, dann diesen Schritt zu gehen und sagen, ja, komm, Jesus, ich schaffe das nicht, komm in meine Situation, in meine Lage und hilf mir. Und Jesus kommt nicht nur, wenn es uns gut geht und wenn alles wunderbar läuft, sondern gerade in Zeiten der Not möchte er bei uns sein und möchte er uns beistehen. Ich habe es oft erlebt, wenn ich einen ganzen Tag gearbeitet habe, abends todmüde war und dann kam noch jemand und hat an der Haustür geklingelt oder am Telefon und hat gefragt, Bernhard, könntest du bitte am besten jetzt gleich sofort und das sind dann auch die Momente, wo man sagt, du, ich, wo man sagen könnte, du, ich bin müde, ich habe jetzt den ganzen Tag auch, weil können wir nächste Woche irgendwas ausmachen. Aber ich habe es oft erlebt, gerade dann, wenn ich dann Menschen gedient habe und gesagt habe, ja, komm, ich komme, ich helfe dir oder ich bin für dich da, wie Jesus dann wiederum mir geholfen hat. Das ist das, was die Jünger erlebt haben. Sie haben, sie haben allen Grund gehabt, das abzulehnen, sie haben es nicht getan. Sie haben Jesus in ihr Boot hineingelassen. Ich möchte dich ermutigen, das zu tun, dass du sagst, Jesus, hilf mir in meiner schwierigen Situation, finanziell, krankheitsmäßig, beziehungsmäßig, es gibt ja so viele Nöte, die wir haben können. Ich denke da immer an die Adventslieder, komm, oh mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür, die offen ist, komm, mit deiner Gnade, deine Freundlichkeit, ich, je älter ich werde, desto mehr, muss ich wirklich sagen, ich brauche ihn, Jesus ist mein Freund, ich liebe ihn, er ist mein treuester Gefährte und ich habe ja schon als Kleinkind an ihn geglaubt, meine Mutter hat es mir gelehrt und ich habe immer an ihn geglaubt, mein ganzes Leben, ich war nie weg und trotzdem liebe ich ihn heute mehr als je zuvor. Jesus ist mein Freund, ist dein Freund und möchte dir helfen. Und jetzt fahren sie da hinaus und Jesus hätte jetzt ja gleich das Wunder tun können. Er wusste ja um die Not der Jünger und es wäre ja auch spektakulär gewesen, aber das hat er nicht getan. so und zuerst hat Jesus den Menschen gepredigt oder sie gelehrt. Es wird uns nicht berichtet, was er ihnen jetzt speziell gesagt hat, aber wir können das an anderen Geschichten ablesen, was Jesus so gelehrt hat, wenn wir die Bergpredigt betrachten, wenn wir die Gleichnisse betrachten, wenn wir die Endzeitreden betrachten, dann sehen wir, was Jesus so alles gesagt hat und das hat er den Menschen, die sich da versammelt haben, gesagt. Weil es darum geht, dass wir eine Entscheidung für ihn treffen und dass wir Nachfolger von ihm werden. Weil es nicht nur darum geht, was kann ich von ihm bekommen, wo kann er mir helfen, wo kann ich ein Wunder empfangen und wenn ich das dann habe, dann geht alles so weiter, wie es war. Weil es darum geht, dass wir zu Jüngern werden, dass wir zu Nachfolgern werden. Deshalb hält Jesus eine lange Predigt und die Jünger müssen da zuhören, die im Boot sitzen und haben wahrscheinlich, sehen wir nachher ja auch, als Petrus sagt, geh vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, nicht die allerbesten Gedanken gehabt. Die haben vielleicht gedacht, wann ist er endlich fertig? Wir sind so müde. Die haben vielleicht gedacht, was soll das alles? Wir haben doch ganz andere Sorgen gerade. Wir haben keine Fische gefangen. Wir müssen schauen, wie wir überleben können und er erzählt irgendwelche Geschichten. Ich weiß nicht, was da alles in ihm vor sich gegangen ist. Manchmal verstehen wir auch nicht, warum hat Gott noch nicht eingegriffen in unserer Situation? Warum hat er uns noch nicht geholfen? Weiß er das etwa nicht, wie schlecht es uns geht? Doch, das weiß er. Das weiß er. Er weiß ganz genau, wie das geht. Und er möchte, dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir noch gar nichts sehen. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht, so heißt es in diesem bekannten Lied, so nimm denn meine Hände. er führt dich durchs finstere Tal, wie er sein Schal wie David betet und er möchte, dass wir ihm vertrauen, wenn wir auch noch gar nichts sehen. Jesus wusste um die Not dieser Jünger, er weiß um deine Not und irgendwann war er ja dann tatsächlich fertig mit seiner Predigt. Als er dann fertig war, dann sagt er zu ihm, so, und jetzt fahrt nochmal richtig raus, da wo das Wasser tief ist und dann werft eure Netze aus und dann werdet ihr einen Fang machen. Und es war eine entscheidende, sage ich mal, Situation jetzt, die nicht einfach war für die Jünger. Ich versuche mir so vorzustellen, was da durch ihre Köpfe ging und Petrus deutet das ja auch an, als er sagt, wir haben uns die ganze Nacht bemüht und eigentlich fängt man Fische nachts und nicht tagsüber, wir haben nichts gefangen und eigentlich sagt er, es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt da rauszufahren und die Netze auszuwerfen. Wir werden nichts fangen, die Fische sind nicht unterwegs. Und sie waren sich auch bewusst, dass, da waren ja viele, viele Leute, dass sie sich jetzt hier wirklich zum Gespött der Leute machen können, wenn sie jetzt da rausfahren und jeder wird sagen, das weiß doch jeder, dass man keine Fische fangen kann, da wird noch Jahrzehnte danach erzählt werden. Und sie wussten auch, wenn wir das jetzt tun und nochmal die Netze auswerfen und wir fangen da wieder nichts, dann bedeutet das aber trotzdem, dass wir noch einmal die Netze säubern müssen, dass wir noch einmal Stunden da sitzen, und dass wir die, die jetzt bereits eine Nachtschicht hinter sich haben, die jetzt diesen Morgen mit der Predigt hinter sich haben, dass wir nochmal den ganzen Nachmittag arbeiten und dann nach Hause kommen und noch müder und fertiger sind. Und die Fischer wussten auch, wer sagt ihnen das? Wie schon gesagt, die kannten Jesus ja noch nicht groß. Sie wussten, der ist da aufgewachsen vielleicht, der ist der Sohn eines Zimmermanns, aber vom Fischen hat er nicht viel Ahnung. Sie haben das, ihre Eltern schon waren Fischer, die Söhne des Zimmermanns, sie waren aufgewachsen, sie kannten das von Kind auf, sie wussten alles darüber. Und jetzt gibt ihnen jemand einen Auftrag, der sozusagen keine Ahnung hat. Die Herausforderung, die wir immer wieder haben und wo sich auch vielleicht unterscheidet, wer die Frau oder der Mann des Glaubens ist, das ist alles gar nicht so dramatisch ist, ist handeln wir auf das Wort Jesu hin, wenn er uns etwas sagt. Auch wenn unser Verstand sagt, das kann nicht sein, das ist nicht möglich oder das haben wir schon mal probiert, das funktioniert nicht. Als ich noch ein Jugendlicher war, im jungen Alter, das ist schon lange, lange her, da war ich in Ditzingen bei Stuttgart in der Gemeinde. Meine Mutter ging dorthin, das war ursprünglich so ein Hauskreis, der sich da getroffen hatte, dann hatten sie ein altes Haus gekauft und das renoviert. Und das waren vor allem ältere Geschwister, es gab keine Jugend, keine jungen Familien. Der einzigste Jugendliche war eigentlich ich und der Sohn des Gemeindeleiters. Und dann fragte ich den Gemeindeleiter, ob wir eine Jugendarbeit beginnen können, also sein Sohn und ich. Er sagte, ja, sehr gerne, aber wo kriegt man die Jugendlichen her? Da haben wir einen einfachen Zettel DIN A5 gedruckt und haben gesagt, bist du ein Junge? Wir haben uns mal zuerst auf die Jungs konzentriert, dann kommen wir am Freitag und wir wollen Gemeinschaft haben, Spiele machen, was essen, trinken und Geschichten dann sehen. Also so einen ähnlichen Zettel haben wir dann gedruckt. Da sind wir an die Schulen gefahren und haben das dort in den Pausen an die Kinder verteilt, die da rausgekommen sind. So. Die ganzen Zettel, die wir da gedruckt haben. Und dann haben wir uns am Freitag eingefunden, der Sohn des Gemeindeleiters und ich und haben alles schön aufgebaut, Gepäck und dann haben wir gewartet und gehört der Dinge, die da kommen. und nach einer halben Stunde ungefähr, als wir immer noch alleine da saßen, haben wir dann irgendwann gedacht, wahrscheinlich wird da jetzt heute Abend niemand mehr kommen. Und das sind Situationen, wo man dann Frust entfalten kann und sagen, Mensch, wir haben doch alles gemacht, wir sind extra rausgegangen, wir haben uns gedruckt, wir haben gebetet und jetzt kommt niemand. Und ich habe zu dem Gerald gesagt, ich habe gesagt, du, wir machen das einfach nochmal, wir gehen an andere Schulen, wir verteilen nochmal nächste Woche und machen die Aktion noch einmal. Und genau so haben wir es gemacht. Wieder alles aufgebaut, wieder gewartet und an diesem Freitag kamen drei Jungs. Drei Jungs, die kamen. Und das war der Grundstock für unsere Jungschararbeit, die innerhalb kürzester Zeit gewachsen ist, weil die haben dann wieder ihre Freunde mitgebracht und zwar Freunde aus nicht christlichem Hintergrund. Also da war kein einziger Gläubig oder irgendetwas dergleichen. Und nach kurzer Zeit hatten wir eine große Gruppe von Jungs und dann haben wir auch mit Mädels angefangen. Und ich war damals noch bei der Bausparkasse als Auszubildender und habe mit meinen Mitstudenten oder mit auch über den Glauben gesprochen. Da haben sich dann auch tatsächlich ein paar bekehrt und die sind dann zu Jungschar-Mitarbeitern geworden. Das war so ihr erster Dienst. Das ist jetzt ja nur beispielhaft eine Geschichte. Im Gemeindekontext erleben wir das auch immer wieder. Wenn man eine Idee dann bringt, dann gibt es ein paar, die sagen, das haben wir alle schon probiert. Das hat eh keinen Wert. Das haben wir damals schon gemacht und das haben wir da gemacht und das können wir gleich bleiben lassen. Aber wenn Jesus uns nochmal den Auftrag gibt und sagt, mach das jetzt nochmal, dann sollten wir das sehr, sehr ernst nehmen. Und auch unsere Erfahrungen und Dinge, die wir jetzt erlebt haben, die sind ja auch richtig, die haben wir ja auch erlebt, die sollten wir dann nicht beachten. Und das Wunder ist, dass die Jünger das getan haben. Petrus sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber weil du das gesagt hast, auf dein Wort hin. Der hat jetzt auch aber gesagt, man sagt ja manchmal, man darf nicht aber sagen, aber es gibt auch ein positives aber. Mit dem aber, wo wir unsere Zweifel überwinden. Aber auf dein Wort hin, weil du es gesagt hast, wollen wir es tun. Und dann fahren sie hinaus und dann werfen sie die Netze aus. Und ich bin mir sicher, dass Petrus überhaupt nicht damit gerechnet hat, was jetzt passieren würde. Vielleicht hat er gedacht, naja, vielleicht fangen wir jetzt nur drei, vier Fische, sodass wir wenigstens was zum Mittagessen haben. Wenn wir das tun, was Jesus uns sagt, dann tut er das, was wir nicht tun können, das Übernatürliche. Und das übersteigt in der Regel immer alle unsere Erwartungen, alles, was wir erbittet uns, erdacht haben. Er tut über die Maßen mehr. Wenn wir nur wie ein Senfkorn glauben, so heißt es, dann macht er etwas Riesiges daraus. Als Jesus die 5000 Männer, plus Frauen, plus Kinder, speiste, da stellt er die Frage an seine Jünger, oder sagt zu ihnen, geht mal durch die Reihen und schaut, ob irgendjemand Essen dabei hat. Jesus möchte das benutzen, was vorhanden ist. Und die gehen da durch die Reihen und fragen jeden, hast du was zum Essen dabei? Und bitte glaubt mir, es war nicht nur der Junge, der was dabei hatte. Da hatten auch andere was dabei. Aber die haben sich natürlich gesagt, das ist mein Essen und das gebe ich jetzt nicht her, sonst bin ich ja nachher hungrig. Und die haben sich schön still verhalten. Und ich glaube, die Jünger haben gesagt, Jesus braucht etwas zum Essen. Und dieser Junge, das ist für mich das größte Wunder, der hat fünf Brote und zwei Fische mitbekommen. Und er hätte jetzt ja sagen können, okay, ich teile. Dann halbe, halbe gebe ich die Hälfte ab an Jesus, und dann habe ich auch noch genug. Und das hat er nicht getan. Er hat alles, was er hatte, hat er gegeben für Jesus. Ein Junge. Ich habe auch einen Jungen gehabt früher. Jetzt ist er groß. Und ich weiß, wie hungrig und wie egoistisch die sein können, wenn es darum geht, ums Essen verteilen oder sowas. Wir waren fünf Brüder. Und wenn meine Mutter einen Kuchen auf den Tisch gestellt hat, sie hat gleich zwei gemacht, das wusste ich schon. Bis sie draußen war und den nächsten gebracht hat, war der erste schon weg. Das ist kein Witz. Das ging so schnell. Das war wie die Raubtierfütterung im Zoo. Und jeder hat geschaut, also möglichst schnell. Dieser Junge hat alles, was er hatte, gegeben. Er sagte, ich gebe es. Und ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass da irgendwas zurückkommt. Er hat es einfach gegeben. Und mit diesen fünf Broten und zwei Fischen Tod bewirkt Jesus das Wunder. das bricht er und gibt es seinen Jüngern und sagt, verteilt es. Und am Ende werden alle satt. Nicht nur satt, sondern sie sammeln ja noch zwölf Körbe ein. Und wenn Leute umsonst essen können, also da kann man ja auch ungeheuer, ich habe das schon erlebt, Freibier oder freie Würste, unglaublich, welche Mengen Menschen essen können, wenn es umsonst ist. Und die waren ja damals nicht anders. Aber du kannst Gott niemals ausessen, sozusagen. Der hat ganz bewusst gesagt, so und jetzt sammelt ein, was noch übrig ist. Alle wurden satt. Das ist dieses Über-uns-er-Bitten. Und das könnte ich jetzt für jedes Wunder durchgehen. Das erste Wunder, Wasser zu weinen in Kana. 600 Liter Wein. Was für ein... Also ich habe gesagt, Gott ist kein Schwabe, gell? Der da sagt, naja, das tut's noch oder so. Der ist so großzügig, so überaus großzügig. Als Petrus das Netz auswirft, im selben Moment, und das ist jetzt ein Wunder, das ist nicht natürlich, im selben Moment ist das Netz so voll mit Fischen, dass sie es nicht mehr in ihr Boot hineinziehen können, weil es so schwer ist und dass sie zu ihren Gefährten um Hilfe rufen müssen und sagen, kommt und helft uns, diesen Fang hereinzuziehen. Und dann mit vereinten Kräften schaffen sie es, diese riesige Menge von Fischen in die Boote zu ziehen. Und als Petrus das sah, und ich habe vorhin gesagt, der hatte wahrscheinlich nicht die allerbesten Gedanken, als Jesus da die Predigt gehalten hat und auch sonst, da sagt Petrus, der ist völlig überführt, geh vor mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe das überhaupt nicht verdient. Dass du mich so reich beschenkst, der ich so schlecht drauf war, das hat ihn völlig überwältigt. So geht es mir auch immer wieder und wahrscheinlich ist dir das auch schon so gegangen. Dass du gesagt hast, das habe ich gar nicht verdient, was Gott mir gibt. Wenn ich mich betrachte, ich bin eigentlich ein fehlbarer, ja oft auch schlechter Mensch. Und Gott beschenkt mich. Das ist übrigens Gnade. Gnade heißt unverdientes Geschenk. Gott gibt uns, einfach weil er uns liebt. Als Petrus sagt, geh vor mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch, da sagt Jesus nicht, ah das ist gut, dass du mir das sagst, das habe ich jetzt ja gar nicht gewusst. Da muss ich ja schnell verschwinden, natürlich. Nein. Als Petrus das sagt, da sagt Jesus, ja und gerade dich möchte ich gebrauchen für einen viel größeren Auftrag. Du sollst nicht mehr nur Fische fangen, die hier im See Genezareth schwimmen, sondern du sollst Menschen für mich gewinnen. Dich möchte ich einsetzen. Jesus möchte dich gebrauchen in deiner Unvollkommenheit, in deiner Schwachheit, wo du sagst, eigentlich, wer bin ich denn? Gerade zu dir sagt, Jesaja 6, das ist diese gewaltige Tempelvision, wo Jesaja im Tempel betet und da zieht er den Herrn auf dem Thron und dann hört er das heilig, heilig ist der Herr Zebaotz und die ganze Herrlichkeit Gottes erlebt er. Und als er das alles erlebt, da schreit er, wehe mir, ich vergehe. Das ist dasselbe Jesaja, der in den vorherigen Kapiteln immer geprägt hat, wehe euch, wehe euch zu den Israeliten. Jetzt sagt er, wehe mir, ich bin ein Mensch unreiner Lippen, ich kann hier überhaupt nicht bestehen in dieser Herrlichkeit. Und im selben Moment, wo er das sagt, kommt der Engel mit einer Kohle, berührt seine Lippen und sagt, das hat deine Schuld gesühnt und dich brauche ich. Es kommt ja dann die Stimme, wen soll ich senden, wer soll unser Bode sein? Da gab es nicht viele, die antworten konnten. Aber einer war da und er hat die Antwort gegeben, hier bin ich, sende mich, Halleluja. Jesus sagt zu Petrus, von jetzt an wird sich dein Leben verändern, kann sich verändern, das ist ja immer freiwillig. Du sollst in meine Nachfolge kommen. Und jetzt kommt wieder dieses Gewaltige. Als sie an Land gekommen waren, heißt es, augenblicklich verließen sie alles, was sie hatten, übergaben die Fische an ihre Freunde und Gefährten und folgten Jesus nach. Und jetzt verstehen wir auch, warum sie so eine gewaltige Menge Fische gefangen haben. Die brauchten ja mal einen Grundstock, auch die Familie, um finanziell jetzt weiterzukommen. Jesus hat auch da für sie gesorgt. Ich möchte dich ermutigen, damit komme ich zum Ende meiner Predigt, dass du in deiner Not, in deiner Frust, in deiner Verzweiflung diesen Jesus einlädst und sagst, komm in mein Boot, komm in meine Situation. Ich möchte dich ermutigen, dass du ihm Vertrauen schenkst, wenn er ein Wort zu dir redet. Und manchmal sind es Worte, ich weiß noch, wie wir als junge Familie nicht viel Einkommen hatten, Pastorengehälter, damals Pionierarbeit, Geislingen, waren überhaupt nicht üppig. Und wie die roten Zahlen auf dem Konto standen und wie ich zu meiner Frau sagte, gerade jetzt müssen wir spenden. Wir spenden sozusagen aus dem Minus heraus und sagen einfach, Gott, wir glauben, dass du uns versorgst. Und so hat er es auch getan, immer. Übernatürlich könnte ich ganz, ganz viele Wunder erzählen. Wirkliche Wunder der Versorgung. Aber es ist ein Schritt, wo, das ist jetzt nur ein Beispiel, wir können im finanziellen Bereich, wir können es in anderen Bereichen jetzt auch, ein Schritt, wo wir etwas auf das Wort Gottes hin tun und handeln, das eigentlich dem entgegensteht, was unser natürlicher Verstand sagt. Ich möchte euch ermutigen, solche Schritte des Glaubens zu gehen, auch als Gemeinde. Wie es sagt, und wir werfen das Netz nochmal aus. Wir werden das oder diese, was auch immer Gott euch zeigt, wir werden das jetzt nochmal tun, im Glauben. Und dann wird Gott das bestätigen. Amen. Amen. Vielen Dank.